So, hallo liebe Freunde, zurück. Ich musste gerade ein kleines technisches Problem lösen. All diese Technik treibt mich in den Wahnsinn. Aber naja, jedenfalls stehen geblieben war ich bei Akbar. Akbar, der also wirklich ein sehr weiser Herrscher und toleranter Herrscher war, hatte wie gesagt Hindu-Beamte eingestellt und er ordnete die Steuern neu. Die Bauern mussten nun Steuern in Geld bezahlen und wenn das Heer von Akbar durchzog und bei den Bauern Vorräte beschlagnahmte, so wurden auch diese Bauern wiederum vom Staat mit Geld entschädigt. Also die Geldwirtschaft führte er letztlich ein in Nordindien und er war ein Förderer von Kunstliteratur. Er selber allerdings konnte weder lesen noch schreiben, er war ein Analphabet. Er erbaute oder betätigte sich als Bauherr und erbaute insbesondere zum Beispiel in Fatepur-Sigri, das ist eine Stadt in Nordindien, einen bedeutenden Palast. Ich habe hier euch mal eine Aufnahme mitgebracht. Man sieht auch ganz klar wieder den muslimischen Stil. Kenner werden sicherlich darin auch einige hinduistische Elemente entdecken. Jedenfalls für uns als Laien sieht das sehr muslimisch aus. Im Innenhof baute er dann in diesem Palast solche Pavillons, das nennt man eine Divan. Dort hielt der Herrscher Hof und die Bittsteller und Gesandten und Botschafter fremde Männer mussten dort antreten und ihr Anliegen vorbringen. Also auch eine ganz tolle Architektur und sehr schön anzusehen. Also Fatepur-Sigri ist auch ein Großbauwerk, vergleichbar, Taj Mahal, welches hervorragende Bedeutung hat. Also Förderer von Kunst-Literatur, aber er war ein Alphabet. Bei der Gelegenheit, da fällt mir gerade ein Land mal kurz dran. Ich habe nämlich in meinem Wohnzimmer auch noch ein Bild, ein auf dem Tisch. Das muss ich gerade mal holen. Also bitte nicht wegnehmen, bitte dranbleiben, ich bin gleich wieder zurück. Nämlich, in Nordindien wurde eine Kunst der Malerei ausgeführt, die ich persönlich sehr schön finde. Das sind sogenannte Miniatur, nordindische Miniaturmalerei. Ich habe hier seit Jahren bei mir ein Bild hängen im Wohnzimmer. Das sind Polospieler, nordindische Polospieler. Ich weiß nicht aus welchem Jahrhundert die nun sind, mir hat es einfach gut gefallen. Und dann habe ich mir das Ding mal rahmen lassen, dieses Poster. Ich finde es sehr schön. Es sind ganz feine Zeichnungen mit ganz feinem Winselstrich. Also wirklich sehr schöne Darstellung hier jetzt des Polospiels. Nun gut, also Förderer der Kunst, eben auch solcher Kunst und Kunstwerke, war der gute Akbar. Nun, der Sohn Akbars hieß Jahangir. Jahangir war auch ein talentierter Herrscher. Es entsprang eine Zeit des Friedens und des Wohlstands in Nordindien unter der Herrschaft der Mogulen. Der Sohn Jahangir, es war Shah Jahangir, 1592 bis 1666. Und Jahangir baute eben das Taj Mahal, das ich euch ja bereits gezeigt hatte. Nun, nochmal hier zur Erinnerung, dieser prachtvolle Bau als Totenstätte für seine geliebte Frau in Nordindien gebaut. Übrigens, die vier Minarete an den jeweiligen Ecken sind leicht nach außen gewölbt. Im Falle eines Erdbebens, so war die Überlegung des Baumeisters, würden diese vier Minarete nach außen fallen und nicht direkt nach innen auf dieses Mausoleum drauf fallen. Nun gut. Der Sohn wiederum von Shah Jahangir, der das Taj Mahal gebaut hat, war Aurang Zep, hieß der, von 1618 bis 1707 lebte er. Also wir sind jetzt hier, wenn wir den Fluxfabulator wieder anwerfen, in der Zeit, in der Johann Sebastian Bach seine Werke tätigte, seine Werke vollbrachte. Danach schloss sich eine Zeit des Niedergangs an. Die religiöse Toleranz wurde aufgehoben. Das Zusammenleben zwischen Hindus und Muslimen gestaltete sich weitaus schwieriger als in früheren Zeiten, als in dem Zeitraum der glänzenden Herrschaft der Mogulen und ständig gab es Kriege. Der Rest der Mogulherrschaft nach diesen prachtvollen, glanzvollen Zeiten ist eigentlich schnell erzählt. Sie wurden in die Zange genommen von einerseits aus Richtung Afghanistan. Dort lokale Herrscher knabberten sozusagen am Reich der Mogulen aus dem Osten. Und aus dem Süden wurden die Hindu-Herrscher, die im südlichen Teil Indiens saßen, immer mächtiger und bildeten Konföderationen und knabberten sozusagen von dort aus am Reich der Mogulen in Nordindien. Und ein europäischer Spieler tritt auf den Plan, nämlich die Ostindische Kompanie aus Großbritannien, die aus dem Osten heraus, aus Bengalen heraus, immer weiter Herrschaft an sich riss, sodass die Engländer eine immer größere Rolle in Indien spielten. In mehreren Schlachten schlugen sie die Vertreter oder die Mogulen und deren Vertreter, sodass sie immer mächtiger wurden. 1803 musste der damals regierende Mogul die Oberherrschaft Großbritanniens anerkennen. 1857 folgte nochmal ein großer Aufstand gegen die Ostindische Kompanie der Briten, ausgelöst durch das Gerücht, dass die Patronen der Gewehre, die die Armee rekrutiert aus Hindus, benutzte, dass diese mit Schweinefett eingerieben waren. Und dort bestanden eben Vorbehalte gegen den Verzehr oder die Nutzung von Schweinen und insofern führte das dann zu einem Aufstand, wobei der Aufstandsgrund letztlich nicht in diesen Patronen gelegen hat, sondern tiefgreifende Wurzeln hatte. Wir werden uns noch sicherlich irgendwann intensiv mit der britischen Herrschaft über Indien beschäftigen. Jedenfalls 1857 ein großer Aufstand, der blutig hintergeschlagen wurde durch die Ostindische Kompanie. Und 1858 wurde der letzte Herrscher der Mogulen, der sozusagen als symbolisches Bild für den Aufstand der Inder herangezogen wurde, nach Burma verbannt und starb dann 1862 in Verbannung in Burma. Und dann 1876, die Königin Victoria von Großbritannien lässt sich zur Kaiserin von Indien krönen und knüpft damit im Grunde genommen an die Herrschaft der Mogulen an, die sich ja auch als Kaiser von Indien verstanden. Die koloniale Herrschaft Großbritanniens dann, um das Thema abzuschließen, endete 1947. Vorher hatten in beiden Weltkriegen die indische Bevölkerung Soldaten gestellt, die in beiden Weltkriegen eingesetzt wurden. Im Zweiten Weltkrieg, als es gegen das Deutsche Reich, gegen die Nazis ging, wurden diese Regimente, insbesondere in Afrika, eingesetzt. Und sie wurden auch eingesetzt in Burma, als sozusagen aus der anderen Richtung. Die Japaner, Alliierten der Deutschen, versuchten, den indischen Kontinent zu erobern. Und insofern wurde aus dieser großen Unterstützung, die indische Armee ihrem Mutterland Großbritannien gewährte, daraus entsprang natürlich dann auch ein neues Selbstbewusstsein, so dass der im Jahre 1885 gegründete Indian National Congress, das war eine Unabhängigkeitsbewegung, eine Vereinigung für die Unabhängigkeit von Indien, von Großbritannien, dann natürlich Zulauf und Stärkung bekam. Mahatma Gandhi kennt man, oder hat man schon mal gehört, ist eben die Führungsfigur. Und unter ihm verbanden sich im Grunde genommen zwei Vertreter. Einmal Nehru, so hieß der, der war sozusagen für die hinduistische Bevölkerungsgruppe zuständig. Und Ali Jinnah, das war der Vertreter der sogenannten Moslem-Liga, der war zuständig oder vertrat die muslimische Bevölkerungsgruppe in Indien. Und man trat dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Verhandlungen ein, 1945, 1946, über die Unabhängigkeit Großbritanniens. Und zwischenzeitlich war allerdings leider eine Entfremdung zwischen den Bevölkerungsteilen und ihren Vertretern aufgetreten. Also die Hindus mochten die Muslime plötzlich nicht mehr und die Muslime nicht mehr die Hindus. Und Mahatma Gandhi gewissermaßen als große moralische Instanz, schwebend über den religiösen Parteien, war leider nicht in der Lage, diesen Riss zu kippen. Jedenfalls 1948 wurde Lord Mountbatten aus Großbritannien zuständig für die Organisation der Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien. Und dieser Lord Mountbatten, der sagt einfach, lass uns doch die ganze Geschichte ein halbes Jahr vorziehen, nämlich auf 1947. Und in einer halsbrecherischen Geschwindigkeit ziehen sich die Briten aus Indien zurück und hinterlassen im Grunde genommen ein relatives Chaos. Andererseits muss er natürlich auch sagen, dass es den indischen Freiheitskämpfern nie schnell genug gehen konnte, dass Großbritannien Indien verlässt. Und jedenfalls kam es sehr überstürzt und es kam dann in Nordindien zu grauenhaften Gewaltorgien. Muslime schlugen auf Hindus ein, Hindus schlugen auf Muslime ein und es kam zu Flüchtlingsströmen in verschiedene Richtungen. Nämlich der Plan sah vor für die Unabhängigkeit Indiens, dass ein eigener muslimischer Staat gebildet wird, auf, wie soll ich sagen, gesamtindischem Grund. Und zwar, wenn wir uns hier die Karte wieder vorne nehmen, wir haben hier das Dreieck Indien. Im Norden waren ja diese Muslime stark vertreten. Also sagte man, westlich des Indus machen wir einen eigenen muslimischen Staat, dessen Staatsteil aber auch im Osten, ich glaube im Aufschluss des Bahramaputra, auch ein eigenes Staatsgebiet erhält. Also wurde Pakistan sozusagen mit der Unabhängigkeit Indiens gegründet, bestehend aus zwei voneinander getrennten Staatsteilen, einmal westlich des Indus und einmal östlich des indischen Subkontinents. Und daraus, aus diesem östlichen Teil wurde später dann, als es sich wiederum selbst von Pakistan löste, Bangladesch. Jedenfalls, hier kam es zu grauenhaften Gemetzel, weil natürlich hier die Hindus in den indischen Staat überwechselten und die Mosleme aus dem indischen Staat nach Pakistan. Und dabei müssen wohl wirklich ungeheuerliche Gemetzel und Abschlachtereien stattgefunden haben. Die Toten gehen in die Millionen. Und das ist im Grunde genommen auch noch heute ein Problem zwischen Indien und Pakistan. Ich habe euch hier mal mitgebracht ein Video von der Grenze zwischen Pakistan und Indien. Pakistan und Indien streiten sich heute immer noch über bestimmte Teile des Himalaya-Kaschmir-Konflikts, ist da so ein Stichwort. Und was die beiden Bevölkerungs- oder Religionsgruppen und Bevölkerungsgruppen sich gegenseitig angetan haben im Jahre 1947, 1948, ist leider bis heute nicht vergessen. Deswegen, also Pakistan und Indien ist immer ein Konfliktfeld. Und man liest immer wieder von Grenzkonflikten, von Reibereien zwischen diesen beiden Staaten, deren Bevölkerung eigentlich gemeinsam gegen die Briten ihre Unabhängigkeit erkämpft haben. Umso bedauerlicher ist natürlich dann diese Entwicklung. Jedenfalls an der Grenze zwischen Pakistan und Indien, in der Stadt Varga, gibt es nun eine Art ritualisierte Feindschaft zwischen Indien und Pakistan. Wobei ich denke wahrscheinlich, dass die Grenzwächter der jeweiligen Staaten eigentlich wahrscheinlich oder hoffentlich gut befreundet sind. Es wird jedenfalls eine Riesenshow abgezogen mit nationalistischen Untertönen. Also jeder Staat klustert sich an dieser Grenze auf. Eine große Straße, eine Verbindungsstraße zwischen Pakistan und Indien wird da jede Nacht geschlossen und am nächsten Tag wieder geöffnet unter großem Trara. Und ich will euch hier jetzt mal darstellen, wie das abläuft. Auf beiden Seiten der Grenze haben die jeweiligen Staaten Tribünen aufgebaut. Und die Bevölkerung oder Touristen letztlich aus beiden Staaten sitzen auf den Tribünen und beobachten, wie die Soldaten auf beiden Seiten ein riesiges Spektakel vollführen und aufeinander zumarschieren, wild die Augen rollen und ein irres Theater aufführen. Vielleicht finden wir nochmal eine... Ja, hier. Also ich meine, das ist natürlich ein Hanenkampf erster Güte und sieht für uns auch ein bisschen lächerlich aus. Es ist jedenfalls ein irres Schauspiel und ich hoffe, dass eben dieses Schauspiel zumindest bei denjenigen, die da Touristen sind und sich das anschauen und bei den Soldaten, die da diese Paraden vorführen, eher einen Spektakelcharakter hat. Aber so kurios uns das anmutet, hinter diesem Ritual der Grenzöffnung und Schließung steht leider ein schwerwiegender Konflikt zwischen diesen beiden Staaten, zwischen diesen beiden Glaubensgemeinschaften, zwischen diesen beiden Nationalitäten, der letztlich, und das haben wir auch hoffe ich heute gelernt, zurückreicht, zumindest bis in die Zeit der Großmogulen von Indien, die dort eine prächtige muslimische Herrschaft auf der Basis einer hinduistischen Bevölkerung aufgebaut haben und insofern auch großartige Kulturzeugnisse hinterlassen haben. So, das war es heute. Wir haben es geschafft, endlich aus Europa rauszukommen. Ein bisschen mit der Brechstange, ich gebe es zu. Aber wir haben den Kontinent Indien betreten und jetzt wollen wir mal weiterschauen, wohin uns noch unsere Reise trägt. Also, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. 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 Vielen Dank.